W точно nicht! Jetzt komme ich bestimmt nicht vom Absteller! So eine Schiebe Kalle! Mit dem Glas macht es Sinn, ja? Eilgott mann! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das sind wieder Sträßle, da ist das geil, guckt euch das mal an, solche Dörfer, steile Straßen. Ich muss immer rufen, weil Nobel weiß nicht, wo es hingeht, damit er weiß, wo wir anlegen müssen. Weil wir haben es leider nicht hingekriegt, die Route, die ich auf meinem Navi habe, auf sein Navi zu übertragen. Irgendwie sind Montana und Zubut nicht miteinander kompatibel. Das ist auch wieder so ein Scheiße. Ich weiß gar nicht, was die Hersteller ständig für einen Mist bauen. So, vor uns liegt der Hochschwarzwald. Aber es dauert noch eine Weile, bis wir reinkommen. Es sieht dichter aus, als es ist. Oh, das ist ein Ebel. So, was ich danke, Was? Oh, das ist ein Ebel. Ich nehme mich und sage nicht mal bei uns vor. So, was ​​Gentições immer wieder bei uns herumschl established! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann machen wir jetzt Mittag Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020